Und damit willkommen zurück bei Minecraft mit dem Assimi. Ja, hallo. Und mir, dem Dodakar. Und ja, wir haben uns überlegt, wir basteln jetzt unter anderem am Haus rum und machen das mal zu Stein. Ein Steinhäuschen. Dann gab es ja noch verschiedene Vorschläge, eine Monsterfalle und einen Leuchtturm zu basteln. Also wir haben da auf jeden Fall gut zu tun. Richtig. Ach, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Oh, ich habe dich ausgesperrt. Es tut mir natürlich leid. Nee, du hast mich eingesperrt. Meine ich ja. Ach so, ich töte hier... Du hast mich aus der Außenwelt ausgesperrt. Ja, genau. So wollte ich das sagen. Ich töte hier mal ein paar Viecher. Das sind zum Beispiel die Zombies. Tatsache. Boah, ich hoffe, der Regen ist nicht zu laut. Sollte eigentlich nicht. Nee, bei mir nicht. Bei mir passt es. Boom, boom. So, genau. Hier wollen wir dann die Monsterfalle bauen. Und ja, ihr könnt auch dieses Projekt endlich in zwei Ansichten gucken. Also wenn ihr zwei Bildschirme habt, dann könnt ihr quasi mich auf dem einen und den Asimi auf dem anderen Bildschirm gucken. Und dann sieht das so aus wie bei der Xbox-Variante. Nur nicht ganz, aber so ähnlich zumindest. Das sieht so aus, nur nicht ganz. Genau, bei der Xbox-Variante kann man auch mit einem Schlag einen kompletten Baum abhauen. Echt? Ja. Wow. Die machen nur einen, also theoretisch mit einem Rechtsklick, wenn man so will. Ja, okay. Das habe ich ja auch schon probiert, aber... Funktioniert nicht. Nee. Geht wohl nur mit einer Mod. So, was mache ich eigentlich? Ich wollte eine Höhle suchen, um Stein zu holen. Aber ich bin voll. Fehlt mir gerade auf. Ich habe gerade ein paar Monster gejagt und verliere hier massig an Leben. Sollte ich gleich mal was essen. Oh, da ist ja noch ein Splitt. Jetzt haue ich aber auch ab. Standard-Sortierung. Oh, ich kann hier den Zeilen sortieren. Inventar einstellen müssen. Achso, wir haben ja diese eine Mod noch installiert. Genau. Weißt du noch, wie die hieß? Inventar. Tweaks? Invent-Tweak oder so. Oh, da ist ja ein Bogen. Die hat den Vorteil, wenn ich jetzt... Zum Beispiel eine Steinachse, zwei Steine extra habe. Aber ich bin ja von Pfeilen durch Lächert. Das gibt ja gar nicht. Und da draußen steht noch einer. Kuckuck. So, ich repariere da mal einen Bogen. Sieht aus, als würdest du weinen. Als ob ich weinen würde. Ja, weil du mit dem Kopf gerade nur nach unten gehst. Ja, auf jeden Fall dieses Invent-Tweak macht, dass man eben alle möglichen Sachen im Inventar haben kann. Wie zum Beispiel die zwei Steinexte. Und wenn ich die eine aufbrauche und dann einfach weiter haue, habe ich zack, automatisch die nächste in der Hand und brauche das dann nicht hin und her schieben. Das ist ein bisschen was an Arbeit erleichtert. Hatte ich nicht auch schon eine zweite Kiste gebaut oder hatte ich das nur vor? Ich glaube, das ist ja quasi eine zweite Kiste. Wo? Ja, das sind doch quasi zwei. Ja, aber ich meinte eine zweite große. So. Dann baue ich jetzt nochmal eine. Vielleicht auch so. So, vielleicht auch so. Oder so. Oder so. Da lag ja auch noch ein Sklett rum. Ich glaube, das ist mir gefolgt. Oder jetzt mal da oben hin, ja? Äh, ja, ja. Kann man zumindest noch rausgucken. Ja, ist schön. Und dann packe ich mein ganzes Zeug. Achso, wollen wir das irgendwie sortieren? Ja, aber später mal, glaube ich. Den packe ich hier oben jetzt mal alles an Erde rein. Fackeln muss ich mir auch mal neu machen. Apropos Fackeln. Schöne Grüße an Stromski. Der liebt auch Fackeln. Und der Janno kann das gar nicht ab. Was ist denn hier noch? Oh, Standard-Sortierung. Sortieren und Spalten. Ja, das habe ich ja eben auch schon entdeckt gehabt. Ja, ich jetzt auch. Und ich habe mal das Texture Pack auf die aktuelle Version gebracht. Jetzt sind bei mir auch das Enchanted, also das Verzauberungsbuch da. Ich habe eins, Flamme eins. Ich habe Feuerschutz 3. Und die Musik setzt ein, das ist schön. Ah, Musik habe ich glaube ich aus. Ich habe dir mal 5 Stakes hier reingebracht, ne? Stakes? Wo? Ähm... Dingens. Ja, wunderbar, jetzt habe ich 17. Was? Echt? Kannst du mir noch wieder welche geben? Ich habe nämlich nur 5. Achso. Ich dachte, du hast keine. Ne, ne. Wie viel hast du jetzt? Ähm... 10. Passt. 10? Dann kriegst du noch eins. So. Hab ich wieder 10. Und gebratenes Schweinefleisch habe ich auch noch. 15. Ja. Achst du davon auch noch was? Ich kann es mir mal mitgeben. Ich werde mich dann wahrscheinlich gleich an die Monsterfalle mal ran machen. Äh, jetzt gehen wir noch nicht weg. So, jetzt habe ich es. Na, noch eins. Na, wohnt egal. Noch eins? Na, wohnt. Dann... Nicht. Wenn ich will, der hat schon. Exakt. Nein, Kuh. Nein, nein. Was dir quasi mit dem Kopf in der Tür eingespächt wird. Ja, jetzt geh doch mal da weg, du scheiß Kuh. Müsst doch nur schieben. Mehr musst du doch gar nicht machen. Lässt doch so. Jetzt. Oh, so. Brot habe ich auch noch. Ich bin eigentlich voll... vollkommen versorgt. Ja, ich habe auch noch eine Pilzsuppe bei mir rumliegen. So, äh, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass immer Tag wird, endlich. Jetzt regnet doch. Es ist ja theoretisch Tag. Glaube ich. Sicher? Hast du noch irgendwo Eisen? Aber die Sonne geht gleich auf. Ah, da ist noch Eisen. Da ist noch Eisen. Habe ich gerade reingetan. Äh, überleg gerade. Ähm, was brauche ich denn noch? Oh, ein Creeper. Oh, der ist explodiert. Wo ein Creeper? Ach genau, in unserer Monsterfalle. Ja, da muss ich sowieso jetzt. Dann, ähm, hole ich mir noch eine Eisenspitzhacke. Das ist in den hässlichen Erdturm dahin gebracht. Soll ich, ne? Welcher Idiot hat hier? Ach so. Ach, äh. Dann kann man scheiße so hochstapeln. Ich glaube, den, den habe ich schon mal im, ähm, Adventskalender gebracht. Soll ich schau die Erde mal ab, weil aufs Dach will ich ja nicht mehr. Wir wollen, dass wir sowieso neu bauen. Oder anders bauen. Das Dach auch? Boah. Scheiße, glätt, äh. Ja, wenn, ja, warum nicht? Ja, keine Ahnung, es war jetzt einfach nur eine Frage. Ja, wofür gucken wir dann mal. So, jetzt ist aber Tag, glaube ich. Aua. So, ich habe jetzt erst mir noch ein paar Fackeln mitgenommen. Was baue ich denn noch an? Äh, Werkzeug. Steinachstappich. Ich rüste mich mal hier soweit aus. Mach das. Also, Spitzhack habe ich jetzt zwei. Dann, Schwert habe ich auch noch. Ja, gut, geht noch, dann mache ich mir da auch noch eins. Ich habe sogar drei Spitzhacken, fällt mir gerade auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Den Baum brauche ich nicht mehr. Den Apfel nehme ich noch mit. Die brauche ich ja auch nicht. Das Verzauberungsbuch packe ich ja auch mal rein. Baum brauche ich auch nicht. Einen Eimer brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht. Das Bo-Boot. Bo-Boot. Baue ein Bo-T. Ein Bo-Boot. Äh, weiß nicht, brauche ich das? Ich glaube nicht, oder? Noch nicht so wirklich. Nö. Auf Fackeln habe ich die Stein-Hake. Hacke brauche ich auch nicht. Und das sollte man auf jeden Fall mal dabei haben. So. Äh, wo war denn Stein? Da. Pflasterstein. Dann bastel ich mir nämlich noch. Bei Schaufeln. Äh, so. Zack, zack. Und... Ach genau, noch ein Schwert wollte ich machen. So. Nee. So. Ich habe jetzt schon mal mit dem Monsterfaller angefangen. Ja, gut. Also zumindest versuche ich es. Deshalb habe ich die jetzt auch ein bisschen größer gebaut. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Passt perfekt. So, damit für mich erstmal nichts über den Bauarbeiten stört. Äh... Mache ich mal so ein Erddach hier drüber. So, da sind wir noch... Du durfte jetzt eigentlich versorgt sein. Dann, äh, gehe ich jetzt mal auf Erkundungstour. Das funktioniert ja tatsächlich mit dem Wechseln. Mit dem Wechseln von den Werkzeugen. Ja, genau. So war das ja gedacht. Ah, genau. Siehste, habe ich meine, in Anführungsstrichen, Höhle wiedergefunden und hier ist es jetzt auch ruhig. Aber dunkel. So. So, damit hier auch gar nichts spawnt. Ich glaube, ich grabe mich hier mal lieber unter die Erde. Ich versuche hier eine doppelstöckige Farm zu bauen. Das heißt, hier soll Wasser hin. Und das soll dann schließlich abfließen. Und hier runter. Also hier überall soll Wasser hin. Und dann noch Kakteen. Das heißt, an den Kakteen werden die sterben. Die Monster. Zumindest erhoffe ich mir das so. Und dann soll der Lot hier runterrutschen. So die Theorie. Okay. Hoppala. Ach, scheiße. Jetzt will ich hier wirklich runterkommen. Ab nach unten. Ich schaufel da. Ich hab ja nicht. Ich hab auch mal. Au. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Ach, deswegen ist es so ruhig. Ich dachte schon. Bei Herr der Ringe Online haben wir das zuletzt, äh, jetzt nicht im Let's Play gehabt, aber in der, in meiner normalen Spielgruppe. Bei der einen Instanz, äh, wenn man da gestorben ist und die Instanz quasi nochmal neu machen musste, war auf einmal der Ton weg. Auch gut. Und wir haben das behoben, indem wir quasi einmal den Lautstärkeregler runter und wieder hoch gezogen haben. Äh, was wollte ich? Eine Schaufel genau. So. Haben wir hier Eisen? Ist das Eisen? Hab ich da tatsächlich Eisen gefunden? Jawoll. Perfekt. Wird gleich mal abgebaut. So. Dann... Ich fall da immer wieder fast rein. Nicht so vorteilhaft. Nicht so vorteilhaft. Ähm... So. Der Baum stört. So. Dann kommt der jetzt mal ab. Und ich... Mach mal oben weiter das... Dach weg. Ach, ich sollte mal wieder eine Fackel setzen, sonst seht ihr hier nachher nichts. Bei YouTube. Bei YouTube. Bei YouTube. Der jute alte YouTube. Der Baum kommt natürlich auch noch ab. Wenn wir hier aufnehmen, ist... äh... Zum eigentlichen Zeitpunkt gerade Karneval. Zum eigentlichen Zeitpunkt gerade Karneval. Während ihr das seht, auch. Hosen Montag haben wir heute. Zumindest... Wenn die Folge rauskommt, ja. Ja. Pfeierst du Karneval? Wahrscheinlich nicht. Äh... Eigentlich nicht. Sonst würde ich nicht gerade hier sitzen. Ja, ich bin... Ich bin heute... äh... Als Passant gegangen. Oh, das ist... äh... Gut. Ich dachte, ich mach mal was Neues. Gehst du nicht jedes Jahr als Passant? Ja. Ja. Ja, wir... Letztes... Letztes Jahr bin ich als ich selbst gegangen. Achso. Das ist auch gut. Aber es hat mich keiner erkannt. Komisch. So. Das ist doch auch noch weg. Ne. Die Schaufel sollte eigentlich nicht weg. Ne. So. Oh, da liegt mir... Einmal alles weg. Hier runtergefallen. Moment. Das nicht. So. Ja, ich so jetzt hier gerade an einer sogenannten Endlostreppe. Sprich. Naja, endlos ist sie ja nicht. Ja doch, sie geht bis zum Ende. Bis zum Boden, theoretisch. Ja. Siehste. Aber beim... Ganz beim Boden kann man ja dann nicht mehr weiterbauen. Richtig. Komm. Oder? Geht das irgendwie mit Diamantsbezirken? Ich glaub nicht, oder? Ne. Das Ende kannst du nur im Creative-Modus zerstören. Also, ein Stein. Na, was bringt dir das dann? Dann kannst du runterfallen, oder wie? Ja, ins... Endlose. Toll. Äh... Vielleicht auch in Türen-Schwierigkeiten? So. So, und ich grabe hier grad... Ne Falle für mich. Aha. Aber am Ende wird er auch überrascht sein. Wenn du reinfällst. Ja, jetzt hab ich aber das, äh... Schon wieder behoben, das Problem. So. Dann machen wir das auch mal weg hier. Ja, heute gibt's mal wieder nur Wasser und Kohle. Ha. Da ist ja noch ein Block. Achja. Da ist ja der Block, von dem ich gesprungen bin. Wie, dann macht er jetzt nicht... äh... Müsste er mir nicht eigentlich die... ... das Werkzeug geben? Komisch. Macht er das nur beim exakt gleichen Typ? Ja, ich glaub schon. Ah, okay. Das ist dann natürlich... Na gut. So, und es wird wieder Nacht. Das ist natürlich eher weniger gut. Davon merk ich hier unten nichts. Äh... So. So, ich werd ihn mal ein bisschen auffüllen. Au. Tja, immer nur Au. Das tut mir auch die ganze Zeit weh. Warum? Weil ich immer runterfalle. Womit baut man Kies eigentlich am besten ab? Mit ner Schaufel oder Spitzhacke? Echt ne Schaufel? Ja. Äh... Tatsache. Guck mal an. Ratzfatz geht das hier. Hm. Wollte ich jetzt weiter bauen. So. Wieder eine Fackelbauer. So. Guckst du eigentlich auf die Uhr? Ja, ja. Gut. Guck ich da auf die Uhr. Hm. Einmal, äh, in die Tiefsee. Tiefsee. Tiefsee? Da gab's früher mal so ein Lernspiel. Das hieß, glaub ich, so. Also ich kenn nur das Anno 2070 etwa und was so heißt, aber gut. Nee, 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 nee. Es gab früher mal so ein Lernspiel, ähm, bei dem man dann alles über Tiefsee und sowas gelernt hat, äh, unter anderem auch wie man dann so ein Ölleck, äh, beseitigt. Und wofür braucht man das? Keine Ahnung. Also es war halt spielerisch Lernen. Sprich, du hattest dann die Aufgabe, dieses Ölleck, äh, diese Ölfelder zu entfernen, bevor sie die Insel erreichen und sowas. Ähm, und, ähm, das Gleiche gab's dann auch nochmal mit, äh, das hieß Wettlauf ins All. Wie der Name schon sagt, ging's dann da eben ins All. Ach, nee, wirklich. Das heißt, man war dann auf einer Insel und, ähm, musste dann alles Nötige zusammentragen und, äh, erforschen und sowas, ähm, um dann mit einer Rakete ins Weltall fliegen zu können, schlussendlich. Aha. Und, ähm, ja, die waren schon immer ganz nett, die hab ich mir immer aus der Stadtbücherei ausgeliehen. Gibt's sowas heute eigentlich noch? Klar. Schon ewig nicht mehr in einer. Doch, für meine Facharbeit. Für deine Doktorarbeit? Nee, Facharbeit doch. Ja, die, äh, wie heißt sie, die deutsche Bundesbildungsministerin hat ja ihren Doktortitel aberkannt bekommen. Ja, ja. Wie, wie der Rapp gesagt hat, das wär ja so, als wenn man dem, ähm, äh, äh, Vettel den Führerschein abnimmt. Ja. Das ist echt, äh, das ist echt ein fetter Skandal. Also, mal ganz ehrlich, zum anderen Ministern Doktortitel abnehmen. Okay, wenn's nicht grad der Gesundheitsminister ist, aber sonst, äh, ähm. Aber bei einer Bildungsministerin? Ja, die hat ja jetzt nicht mal mehr einen Studienabschluss. Nicht mal mehr? Echt? Weil die das in... Ja, weil die das in einem Zug gemacht hat, dann wurde ihr das, äh, auch aberkannt. Hat zweimal das gleiche Projekt abgegeben und gesagt, das ist, äh, das gab's vorher noch. Ja. Oder gleichzeitig an zwei verschiedene Behörden geschickt und während die einen geprüft haben, ob sie sowas haben, äh, ob die andere das schon hat, hat die andere das bei den anderen gemacht und erst danach dann eingetragen. Das kann natürlich sein. Somit ist es dann gar nicht aufgefallen. Es ist ja Nacht. Immer noch. Ja. Boah. Und ich greife grad ein Skelett im Wasser an. Das ist nicht so geil. Weil ich so langsam bin. Und das kann schießen. Und mein Schwert ist kaputt. Ah, ich hab doch auch einen Bogen. Boah. Boah. Nein. Blow up. Oh, ich hab ja die Karte an. Ach du Scheiße. Die Karte an? Ja. Ach, oben in der Ecke? Ja. Ja. Ei, 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 ei. So weit sind wir aber noch nicht. Ne, eben. Deshalb muss ich die kurz ausmachen. Ähm. Ähm. Wo ist ein Death Point? Ja, wir haben nämlich gesagt, wir machen das mit der Karte erst, sobald wir auch selbst eine im Spiel erstellt haben, weil dann ist es für uns, äh, eigentlich auch wieder logisch, ähm, dass man diese Karte sehen kann. Vorher ist es zwar nicht... Cheaten? Ähm. Ist halt mehr so ein... Das ist man halt so gewöhnt, ne? Ja. Aber... Jetzt bin ich nur auf Level 6. Ich bin 16. Ja, eben, weil ich grad gestorben bin. Ja, aber hä? Ist man dann nicht normalerweise null? Ne, ja, aber ich hab die ja jetzt wieder eingesammelt. Ach so. Ich dachte grad so... Mein Eisenschädel ist ja kaputt gegangen. Hat es Put gemacht? Oh. Bin immer noch nicht unten angekommen? Ist ja verwunderlich. Wo sind meine... Wo ist meine Rüstung? Ist sie kaputt gegangen? Ne, da ist ja. Ich höre Wasser. Und meine Rose. Jetzt ist meine Spitzhacke auch kaputt. Jetzt muss ich nach Hause hüpfen und eine neue machen. Weil... Deine Hose ist weg. Was ist deine Hose? Ja, das kann ja sein. Ich hab zwei Feuersteine gefunden. Zwei Feuersteine? Was ist ein Feuerstein? Mit dem kannst du... Ach Feier... Ah ja, jetzt, klar. Mit dem kannst du ein Feuerzeug machen. Ja. Ich nenn das immer nicht Feuerstein. Wie nenn ich ihn das? Flintstone. Flintstone, ja. Ist natürlich Feuerstein, aber so nenn ich es halt nicht. Und dann bin ich weg vom... aus dem Konzept raus. Du nennst es denn Flintstone? Wollte es so heiß. Flintstones, we're the Flintstones. Da 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 do ba day. Ja, die Feuersteins. So, ich hab hier mal, äh, den Strand ein bisschen erweitert. Warte, ich guck's mir gleich an. Ist noch nicht ganz fertig. Mir fehlt die Erde. Ey, was hast du erweitert? Wo? Ja, muss ich dir gleich mal angucken, wenn ich dir das zeige. Ah, da ist noch ganz, ganz viel Erde. Ach, jetzt hast du die... Du läufst doch... Du läufst doch jetzt gerade direkt hier vor. Das da. Den ganzen Berg hier. Warte, komm mal mit hier. Hier das hier alles. Ach so. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz für die Monsterfalle. Okay. Es sieht auch lustig aus, wie das so in der Luft schwebt. Ist das normal? Was? Dass das so in der Luft schweben kann? Ne, ne, ich hab das gerade, äh, da weggemacht. Ja, aber wieso schwebt das denn in der Luft? Ja, Steine in Minecraft können ja in der Luft schweben. Ach stimmt, da war was, okay. Ja. Wir sind hier nicht, äh, ey. Das ist was anderes. Mal gucken mal, der Sonnenaufgang. Ah, da ist ein Berg vor. So, ein wunderschöner... Wie ging das nochmal mit? Oh, genau. Ein wunderschöner Sonnenaufgang. Äh, wie konnte man denn das Interface nochmal ausmachen? Welches Interface? Ja, das Interface vom Spiel. Äh, F1. Ah. So. Jetzt weiß ich, was du meinst. Habt ihr auch ein bisschen mehr von diesem Sonnenaufgang. So, der Strand ist fertig. Jetzt muss nur noch Gras drauf wachsen. Jetzt müssen wir nur noch Gras über die Sache wachsen lassen. Ja, dann sieht das auch ein bisschen realistisch aus. Oh, dann nehmen wir die Kuh auf die Seite. Gucken, ich glaube, ich werde das dann als Thumbnail nutzen. Das ist ja wieder ein Skelett. Was macht das da auf unserem Feld? Du musst nicht kaputt dusch. Wollah. Hallo? Ja, sorry. Biep! Ja, ja, wie die letzten Male schon immer. Ist das unsere Kuh, oder ist das... Nö, nö. Kannst du Toten. 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 Mach ich aber jetzt schon. Totem? Ein Totem? Ja. Totem Elch Amon. Ne, wie hieß der? Oh, wir haben ja PvP an. Ha. Uppala. Wir haben ja das letzte Mal aus. Nicht, wie sieht's denn das an? Ist doch nicht schlimm. Nicht, dass du mich jetzt haust. Kann ich das hier ausmachen? PvP... Ach, komm, lass doch an. Gibt's nicht. Was? Hauen? Okay. Aua. Du hast ein Eisenschwert. Ich hab nur ein Steinschwert. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Danke. Ja, ich auch. Essen. Haha. Jam, 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 jam. Was mach ich denn da? Hey, komm. So, und damit sind wir auch fast schon am Ende der Folge. Ich guck jetzt grad mal, wieviel Stein ich habe. Äh... Fünf Stacks. Ja, das reicht. Und 42 nochmal zusätzlich. Und zwölf Eisen. Äh... Schmeiß ich grad mal in den Ofen. Hast du da oben? Wunderbar. Da ist nochmal Eisen. So. Äh... Meinst du, das reicht fürs komplette Haus? Wollen wir den Stein auch wieder brennen? Weiß ich nicht. Äh... Das ist mir eigentlich egal, aber... Sah eigentlich sehr schön aus, oder nicht? Dann machen wir das doch. Dauert jetzt zwar dann wieder ewig. Wir haben einen Redstone. Was? Wir haben einen Redstone? Ein einziges? Wie ist das denn möglich? Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht haben wir das denn in irgendeiner Trohe gefunden, oder so? Das kann sein. Anderes fällt mir jetzt noch nicht ein. So, dann geht's mal weiter an die Monsterfalle. Ja, während du dann... So, hier kommt nämlich jetzt Wasser rein, was äh... da fließt. Genau. Du wolltest das sagen. Ja, erklär das. Ich wollte grad noch sagen, erklär das noch schnell fertig, und dann... Achso. Also, hier werde ich Wasser rein tun, da wo ich jetzt grad herlaufe. Das seht ihr ja. Oha, jetzt. Und dann fließt das hier so runter. Klub. Da wo ich jetzt runtergefallen bin. Und hier stehen dann Kakteen, wo die ganzen Monster, die dann von da unten hier runterfallen, äh, an den Kakteen sterben werden. Und dann der Loot fließt dann hier rein, und dann gibt's nach unten noch einen Weg. Und, äh... Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Scheiße. Ich sollte mir Leiter bauen. Gut. Ja, da gibt's nach unten noch einen Weg, wo der Loot dann halt drin ist. Ja, wunderbar. Dann können wir ja hier die heutige Folge abschließen. Ja. Genau. Und, ja, wenn's euch gefallen hat, wie immer, gefällt mir drücken, weil das ist ganz wichtig, sonst versinken wir irgendwann in eurer Abo-Liste. Ähm... Und nur, wenn ihr unsere Videos auch liked, dann, äh... weiß YouTube auch, ihr habt wirklich Interesse daran und packt das in eurem Ranking weiter nach oben und ihr seht dann auch wirklich alle Videos von uns und nicht nur so ein paar. Äh... Ja, das wär ganz wichtig. Und... Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und... Kommentiert fleißig, falls euch irgendwas einfällt... Was wir noch machen sollen. Genau. Was wir noch bauen sollen. Weitere Bauprojekte. Die sammeln wir und... Ja, führen die dann auch nacheinander aus. Und... Zumindest wenn wir das wirklich verwirklichen können. Genau. Richtig. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.